In unserer Zahnarztpraxis Fabian Just führen wir von der Vorsorge bis hin zur Implantologie alle Behandlungen rund um Ihre Zähne durch. Sie als Patient stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Darum nutzen wir modernste Praxisausstattung, Erfahrungen mit Kindern und Angstpatienten und stetige Weiterbildungen des gesamten Teams als Grundlage für eine auf jeden Patienten abgestimmte zahnärztliche Betreuung. Für Zahnersatz nutzen wir das schonende CEREG-Verfahren. So erhalten Sie Kronen und Brücken in nur einer Sitzung. Überzeugen Sie sich selbst von unseren modernen, innovativen und zugleich sanften Behandlungsmethoden.